Hi zusammen. Hi. Servus. Im letzten Video ging es so ein bisschen darum, dass wir auf einmal zu viert waren und wir wollen heute mal ein bisschen darauf eingehen, wie es dann eigentlich weiter ging. Also war ja eigentlich so geplant, dass der Kollege vor allem im Backend unterstützt und so ein bisschen das ausgleicht, was Marvin zu dem Zeitpunkt aufgrund seiner Thesis nicht ganz angehen konnte und deshalb war es dann wirklich so, dass wir dann auch oftmals so zwei Sessions hatten im Backend, um zu gucken, okay, was code ich eigentlich, wie sind die Datenstrukturen und da ist eigentlich relativ schnell aufgefallen, dass es ein bisschen dünn war. Also da war wirklich zum Teil so Basics, wo ich dachte, oh, das ist gefährlich. Vor allem dann, wenn man halt noch mehr im Backend arbeiten soll und dann war, glaube ich, auch relativ schnell die Frustration bei den Kollegen mit am Start, weil er es sich natürlich auch schwer tut, zum einen im bestehenden Code reinzukommen und zum anderen ist natürlich schon ein bisschen abstrakt, weil das Ganze ist ja nicht so, dass man irgendwas sieht, sondern es sind eigentlich immer nur Datenstrukturen, die irgendwo hin und her fliegen, von Datenbank auf den Rechner und wieder zurück und dann war es auch so, dass er sich auch nicht wohl gefühlt hat und dann so ein bisschen mehr in Richtung Frontend ist. Das war so mal zu der Anfang, wo wir dachten, okay, wir müssen ein bisschen Wechsel machen, ist nicht ganz so, wie wir es uns geplant haben. Ja, und das war also das erste Mal, dass wir dann gemerkt haben, es geht nicht in die Richtung, wo wir uns vorstellen, was aber auch nicht schlimm ist. Es ist ja nicht jeder direkt der Entwickler, der man sich vorstellt, sondern das braucht vielleicht auch ein bisschen. Ja, und dann ging es eigentlich weiter. Vor allem, das waren wir ja alles selber nicht. Also wir wollten ihm schon noch ein bisschen Zeit geben, da in die Themen reinzufinden. Weiter ging es dann mal wieder in Fulda und wir waren dann zu viert und da wir auch nicht wussten, wo wir den Kollegen dann so hinstecken sollen, was er machen will und wir drei uns zu dem Zeitpunkt auch noch nicht darüber unterhalten haben, was unsere primären Aufgaben irgendwann mal sein werden, haben wir das genutzt oder die Gelegenheit genutzt, uns zu viert dann mit Aufgaben zu versorgen und mit Positionen zu versorgen. Ich habe gerade überlegt, wie wir das eigentlich gemacht haben. Ich glaube, wir haben uns, also ich weiß, wir haben uns abends an den Tisch gesetzt und wir haben uns, jeder sollte sich die Funktionen und Aufgaben, glaube ich, auf den Zettel schreiben und die haben mal nebeneinander gelegt und haben geschaut, wo gibt es Schnittmengen, wo wir so diskutieren und vielleicht ergibt es sich ja auch von selbst. Wo wir uns relativ schnell einig waren, war, dass Dominic die Position des CEOs übernehmen soll, der späteren CEOs, zu dem Zeitpunkt eher so eine Projektleitungs-Koordinationsfunktion, der eben dann auch alles überblickt und wie gesagt die Projektleitung übernimmt. Da waren wir da sehr schnell einig. Ich glaube, beim CFO und beim HR-Team gab es auch nicht viel. Marvin wollte das CFO-Thema machen, hat auch gesagt, HR hätte Bock drauf. Ging auch klar. Ich aus meiner Position heraus, ich habe mich tatsächlich nie dargesehen, dass ich in meiner ganzen Zeit bei Capitize, die hoffentlich sehr lange sein wird, habe ich mich nicht beim Coding gesehen, sondern eher so in der Vertriebs- und Marketing-Sicht, wo man irgendwie auch so das Thema Fundraising machen muss, sich um die User kümmern muss, auch den Kontakt nach außen hält und die Kommunikation aufrechterhält zu den Usern und auch zu Stakeholdern irgendwann. Und deswegen war für mich so das CMO, also Marketing- und Sales-Thema, das, was ich machen wollte. Ich glaube, das wollte der eine Kollege, das war zumindest auch bei mir drauf gestanden, aber ich glaube, Dominic und Marvin konnten mich richtig einschätzen, dass sie mich nicht darin gesehen haben, dass ich die ganze Zeit Coden werde. Und deswegen war so die Rolle auch für mich so ein bisschen fixiert. Und dann war die Frage, okay, was bleibt für den Kollegen übrig? Und dann war es halt so, dass nur noch so die Rolle des CTOs, also die technische Rolle übrig war, des Technical Leads, so haben wir es damals genannt, die umfasst, dass man sich mit dem Backend-Code auskennen muss, mit dem Frontend-Code auskennen muss und auch die komplette Architektur im Blick haben muss und auch entwickeln muss. Also wohin soll die Reise gehen und wie kommt man da am besten hin? Und jetzt mit dem Wissen, was Dominic gerade gesagt hat, dass das Backend nicht so wirklich funktioniert hat. Gleichzeitig haben wir uns aber auch irgendwo gedacht, naja, der muss erst noch reinkommen. Aber wenn wir jetzt ganz, ganz ehrlich zueinander sind, haben wir alle drei an dem Zeitpunkt gewusst, das ist eigentlich eine scheiß Idee. Okay. Stimmt. Und ja, wir erzählen gleich, wie es technischerseits weiterging, dann zählen wir gleich. Was ich noch mitgeben muss, ich habe den Kollegen ja nicht gekannt, Dominic und Marvin schon, deswegen war bei den Fultertreffen, wo Adam mit dabei war, für mich die Stimmung nicht so locker wie sonst und unbekümmert wie sonst, sondern es war irgendwie ein bisschen angespannter. Ich habe das aber darauf geschoben, dass man sich nicht gekannt hat und sich erst zu viert eingerufen muss. Ich meine, die Zeit muss man sich sowieso immer geben, zu viert, wenn man dann neu mit dabei hat. Aber irgendwie hat es sich nicht so wirklich wohl angefühlt. Und ich habe das aber nicht geäußert, weil, wie gesagt, ich kann die nicht. Deswegen habe ich gedacht, ich gebe den Kollegen Zeit. Aber du hast ja dann auch ähnliche Dinge gespürt und wahrgenommen. Ja, ich glaube aber auch generell, das ist eine schwierige Situation gewesen. Wir waren ja schon eine etwas längere Zeit auch zu dritt unterwegs, ein bisschen eingecroovt so. Und dann kam eben, ja, ein Vierter mit dazu, der sich dann natürlich einerseits ein bisschen behaupten muss auch uns gegenüber. Ich glaube, hinter allem ein bisschen unterschiedlich auch gepolt, aber gleichzeitig auch sein Platz da finden muss. Und was wir dann eben neben diesem Thema der Rollen und der Aufgaben und der Stärken der einzelnen Leute, was wir dann noch gespürt hatten oder was uns allen eigentlich aufgefallen ist, ist, dass wir auch irgendwie da doch andere Schlagmensch vielleicht an einer oder anderen Stelle sind. Also für uns war zum Beispiel relativ früh klar, dass das Ganze nicht irgendwie so als Hobby nebenbei läuft, weil dazu hatten wir auch einfach alle zu wenig Zeit irgendwie dann in unseren Nebenjobs, dass wir da uns irgendwie den ganzen Abend mit einem Hobby da abmühen und da rumfluchen. Ich meine, ihr kennt ja aus den Videos, wir haben ein bisschen mehr Tiefpunkte zu erzählen als ein Töhn. Und das ist natürlich, wenn Hobby an sich erstmal nicht geil wird, würde ich einfach aber auch. Kein gut von außen. Nee, nee. Sonst, wenn man, ich finde auch, das hatte einfach einen anderen Stellenwert, glaube ich, auch ein bisschen für uns. Das Thema hat mir zwar nicht offen kommuniziert, aber das war zumindest so für uns, glaube ich, da der Eindruck, der eingeblieben ist. Und das hat natürlich auch bei uns ein bisschen dann zu Frustrationen geführt. Aber an sich waren wir auch, ja, wie gesagt, einfach ein bisschen anders gepolt. Zum Beispiel sind wir nach einem langen Tag irgendwie, wo wir uns, wo wir dann ewig an einem Problem gehangen haben, das dann am Ende gelöst haben, haben wir uns dann auch gesagt, hey, wir feiern das jetzt. Sind dann rüber in unseren wohlbekannten Biergarten zu einem Bier und dann waren wir auch auf einmal wieder zu dritt unterwegs. Also in der alten Konstellation, weil sich der vierte im Bunde dann so ein bisschen ausgeklingt hat. Und ja, das war für uns auch so ein bisschen der Punkt, wo wir so, glaube ich, innerlich ein bisschen wussten, irgendwas passt hier nicht so ganz. Also es ist nicht der Topf für unseren Deckel sozusagen. Das passt einfach nicht von den Typen her miteinander. Wir weinen zusammen, wir streiten zusammen, wir streiten uns an und dann gehen wir danach ein Bier trinken, so nach dem Motto. Und da war das irgendwie einfach dieses Setting nicht gegeben. Und ich glaube, da in diesem Moment, dann auch nach den ein, zwei ersten Bier, haben wir dann aber auch uns zu dritt dann nochmal ausgesprochen. Und dann war für uns einerseits die Entscheidung gefallen, dass wir das nicht zu viert länger weitermachen können. So vielleicht ein bisschen implizit, ohne dass wir groß drüber gesprochen hatten, aber so aus dem Gefühl her, das also gleichzeitig auch ein bisschen weiter zusammengebracht hat, oder? Auf jeden Fall. Ich glaube, unterbewusst haben wir es schon geahnt und wahrscheinlich auch geahnt, dass es irgendwie unausweichlich sein wird. Uns zu dritt zusammengebracht, vor allem weil, sozusagen uns beide, weil wir haben uns ja vorher auch nicht gekannt. Aber in dem Moment, wo wir dann zu dritt gemerkt haben, wir fühlen uns einfach zu dritt sowohl, wie wir nur können. Und der andere Kollege da zehn Minuten weg war und wir dann die Erkenntnis haben, okay, eigentlich wollen wir auch nur zu dritt sein. War das schon noch so, dass wir näher zusammengelegt sind, wie man auch schon gesagt hat, und das auch unterbewusst schon gemerkt haben, dass da irgendwas nicht stimmt. Dummerweise kamen dann noch, was das Problem noch ein bisschen vergrößert hat. Ich glaube, fairerweise muss man dazu sagen, wir hätten das schon noch ausgehalten, glaube ich. Ich meine, man muss sich ja nicht, man muss sich ja nicht nach Best Friend sein, sondern zu 100 Teams. Man kann ja auf einer professionellen Ebene zusammenarbeiten und sagen, okay, lieber Kollege, du wirst jetzt irgendwie nie mal allerbester Freund sein, aber was du irgendwie tust, aus Fachleger Sicht, bringt uns das weiter, dann wäre das für mich und für uns alle ein fairer und okayer Deal gewesen. Aber, und das Problem ging jetzt noch weiter, dass ich dann mit dem Kollegen im Frontend gearbeitet habe und ich habe es gerade erzählt, er war dann Technical Lead und ich habe mich dann auch, also ich habe mich als Unterstützer von ihm gesehen und habe auf seine Vorgaben gewartet und dass er die Richtung vorgibt und auch das Ganze strukturiert und plant und wie wir, welche Schritte wir vor dem anderen gehen. Und ich habe mich aber nicht so gefühlt, dass er mich an die Hand nehmen kann irgendwann. Ich habe natürlich auch Zeit gegeben oder wir ihm Zeit gegeben, aber ich habe immer noch das Gefühl gehabt, dass ich prinzipiell immer noch mehr weiß als er und das auch nach mehreren Wochen und Monaten und ich hatte nicht das Gefühl, dass er das Ganze im Griff hat. Und da sprechen wir jetzt nur vom Frontend und als Technical Lead soll deine Perspektive ja auch einfach vom Backend haben. Und das war dann nochmal eine andere Intensität auf das Problem, das wir hatten, dass wir uns da irgendwie das Boot geholt haben. Und Dominik kann da auch noch eine Geschichte dazu erzählen, wie sein Verhältnis als CEO, als Projektleiter dann auch zu dem vierten Kollegen war. Genau, also grundsätzlich muss ich aber auch an der Stelle nochmal sagen, wir hatten, glaube ich, schon das Gefühl, dass der Charakter uns eigentlich gut tut. Also wir drei sind, finde ich, oft ähnlich. Also wir zwei vor allem sehr ähnlich. Du bist nochmal so ein bisschen anders, aber die vierte Person, die war wirklich nochmal ganz anders von der Art. Wir dachten am Anfang, das ist auch wirklich gut und ich glaube, grundsätzlich ist es auch nicht ganz verkehrt. Nur bei den wichtigen Sachen muss die Schnittmenge halt einfach stimmen. Und was Thorsten auch meinte, ich meine, als Technical Lead erwarte ich halt einfach schon von jemandem, dass er auch zumindest mal das Hauptthema, in dem Fall Frontend, unter Kontrolle hat und es auch koordiniert. Weil um das geht es bei der Rolle aus meiner Sicht. Und jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich schon manchmal ein bisschen, sagen wir mal, zielorientiert bin. Und wenn es dann halt nicht so, also wenn es über längere Zeit dann nicht in die richtige Richtung geht, dann werde ich schon, sagen wir mal, nervös und sage das dann aber auch. Und was dann wirklich richtig störend war, war am Anfang, fand ich, ging es noch. Da waren noch, also wir hatten ja ein Chira-Board, also ein Kanban-Board, wo die Aufgaben mit drin waren. Wir hatten zu dem Zeitpunkt wöchentliche Sprints. Das heißt, wir hatten wirklich eine neue Zeit, um Aufgaben zu erledigen, die wirklich aus meiner Sicht nie zu viel waren. Das ist auch wieder sehr subjektiv, aber ich denke, das war eigentlich handelbar. Und was dann ganz oft war, ist, dass der Kollege kurz vor Sprintwechsel bei mir anruft und sagt, hey, ja, das und das nicht hinbekommen, weil er genau wusste, wenn wir jetzt wieder in die große Runde gehen und ich das dann da halt höre oder wir das dann da hören, wir dann schon wieder angespannt sind im Sinne von, weil wir alle arbeiten eigentlich wie Schweine und versuchen da voranzukommen und es wird irgendwas nicht fertig. Und das ist dann wirklich oft passiert. Ich glaube, bestimmt fünf, sechs Mal und dann irgendwann hatte ich auch gar keine Lust mehr, da ans Telefon zu gehen. Bin auch wirklich bewusst nicht hin, weil ich finde es auch ein Stück weit unfair gegenüber uns als Team, weil es kommt dann immer jemand, der sagt, okay, er ist nicht hinbekommen. Und jetzt, also deshalb bleibst du ja trotzdem auf der Strecke. Es gibt halt keinen, der es dann erledigt. Das ist das Problem. Wenn die Person es nicht macht, dann muss einer von uns machen. Und ich weiß auch, an Weihnachten, da saßen wir, ich glaube, alle an einem Problem dran. Das war kein gutes Weihnachten. Und da hatten wir dann ein Problem, was der Kollege eben hatte und ich musste da, oder wir alle haben das, glaube ich, reingezogen, eineinhalb Stunden ein Video, was sau nervig war, um ein Problem zu beheben und wir alle haben es hinbekommen. Und der andere wusste aber, es gibt das Video, es war ihm nur so nervig anzuschauen, weil er im Hintergrund so ein Summen war. Und es war auch unfassbar nervig. Aber das ist halt auch sowas, wenn ich es halt nicht hinkriege, dann mache ich halt alles, damit es funktioniert. Weil das ist das Mindset, was wir haben, weil keiner löst es für einen im Zweifel. Und das war dann wirklich so, das Zwischenmenschliche an sich, glaube ich, hätte es schon funktioniert, wie er auch sagt. War nicht 100% passend, muss man ehrlich zugeben. Aber vor allem businessseitig habe ich schon gemerkt, okay, das hat keine Zukunft. Wir waren dann an einer Stelle, wo wir, das weiß ich noch ganz genau, als ihr beide dann zwischen den Jahren sagtet, wir stellen jetzt hier erstmal die Arbeit im Backend ein, weil wir gar nicht wissen, wie es im Vornen weitergeht. Also wir waren wieder mal an einer Stelle, wo wir nicht wissen, wie es weitergehen soll. Und ja, das war auch zwischen den Jahren, wie gesagt, kein schönes Weihnachten, auch kein gutes Gefühl zwischen den Jahren. Wir haben uns dann zu dritt, und das ist der erste Punkt schon, wir haben zu dritt gesagt, wir müssen zu dritt jetzt sprechen, wie es weitergeht. Das haben wir dann auf ziemlich Beginn, auf den Anfang des Jahres gelegt. Ich spoilere jetzt aber nicht, ihr könnt es euch denken, ich spoilere nicht, das kommt im nächsten Video. Deswegen möchte ich aber noch ein Learning, die könnt ihr vielleicht auch gerne ergänzen, ein Learning noch mitteilen, das ich da geben würde. Ich glaube, es ist vollkommen legitim, in einem Gründerteam von vielen Dingen keine Ahnung zu haben. Also zumindest im initialen Gründerteam. Wir haben immer gesagt, wir haben nichts gewusst, was Coding angeht, wir haben aber gesagt, wir schaffen das, wir wollen uns da reinknien und das Commitment haben wir immer gelebt und immer durchgezogen. Deswegen verzeihen wir uns vielleicht ganz andere Dinge, die nicht so schnell vorangehen, wie wir jetzt einen Vierten mit dazu nehmen. Weil von dem Vierten, der muss das, wir haben ja schon eine Wegstärke zu dritt zurückgelegt und von dem Vierten erwarten wir dann viel schnelleren Fortschritt, als den, den wir zu dritt machen. Weil, ich meine, wir geben ein paar Anteile her, wir geben Zeit her, die wir vorher schon eingesetzt haben und deswegen sind die Erwartungsverhaltungen vielleicht höher. Das Learning, das mitgeben würde, ist, wenn ich jetzt nochmal einen Vierten auswähle, dann würde ich da viel genauer schauen, bringt wirklich das Wissen und seine Skills, die er mitbringt, bringt es uns jetzt wirklich weiter, ist es genau das, was wir brauchen und bringt es uns jetzt wirklich in den nächsten Monaten schnell voran. Und ich glaube, wenn der Kollege das mitgebracht hätte, wenn wir da ein bisschen genauer draufgeschaut hätten, ob er es wirklich kann, punktuell, genau in dem Bereich, wo wir den Backend gebraucht hätten, dann hätten wir uns wahrscheinlich diese fünf, sechs Monate, ja, die jetzt für ihn vielleicht, die für ihn nicht schön waren, die jetzt für uns auch nicht schön waren und belastend waren, wo vielleicht auch ein bisschen Zeit liegen geblieben ist, die wir uns vielleicht ersparen können. Das wäre so ein Learning daraus, was ich ziehen kann. Ja, und auch auf der sozialen Ebene, was ich gesagt habe, vielleicht ein Learning, weil man muss ja auch, wie ihr schon gesagt hattet, nicht den Anspruch haben, dass es dann quasi von diesem Dreierteam auch genauso dann in einem Viererteam weiterläuft. Und ich glaube, das war auch vielleicht von mir oder von uns, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber auch ein kleiner Fehler in der Erwartungshaltung vielleicht, wo ich sagen muss, okay, ich habe erwartet, dass es quasi nahtlos ineinander aufgeht und einfach nur erweitert wird. Aber es war vielleicht auch einfach ein bisschen unfair, weil gerade wenn man so dann ab einer Größe von drei und dann mit neuen Charakteren auch zusammenkommt, dann ändert sich auch einfach die gesamte Gruppendynamik. Und ich glaube, das ist auch normal. Aber das sind alles auch Lernprozesse, glaube ich, die man mal durchmachen muss. Genau, und abschließend hätte ich noch ein Learning. Das ist einfach das, dass ich glaube, dass nicht jeder ein Gründer ist. Das soll jetzt überhaupt nicht arrogant liegen, weil wir das jetzt zufällig sind. Aber man gibt halt schon sein Leben, sein soziales Leben ein Stück weit auf. Also alle Freundinnen und Freunde und Bekannte können das sicherlich unterschreiben. Und es ist immer dann problematisch, wenn drei wirklich sagen, okay, wir gehen hier all in. Und für uns war das eigentlich schon vor drei Jahren klar, dass wir das auf jeden Fall machen wollen. Und dann ein Vierter kommt, der es nicht ganz so ernst meint, wo wir vielleicht glauben, okay, das kann irgendwann funktionieren und wir auch lang an den Glauben festhalten. Ich glaube, man muss halt wirklich prüfen, ist eine Person, die am Anfang hinzustößt. Ich glaube, wenn man jetzt irgendwann Leute einstellt, ist was ganz anderes, finde ich. Aber so ein Gründer, der mitgründet, der muss wirklich jemand sein, der halt wirklich das Ganze lebt. Und das ist, sagen zwar viele, dass viele einfach nur ein Unternehmen gründen wollen. Am Ende ist es aber schon, was wir auch schon oft gesagt haben, down, 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 up, down, down, down. Also viel, viel Negatives. Mittlerweile wird zu dritt, wir können eigentlich fast nur noch lachen. Natürlich sind wir oft verzweifelt. Aber dadurch, dass wir halt schon so viel durchgemacht haben und immer das Mindset haben, es geht immer weiter, sind wir da, glaube ich, schon ein Stück weit mehr Unternehmer als jemand, der vielleicht sagt, okay, ich habe eine Idee, ich will was gründen. Und ich glaube, das ist, auch wenn es vielleicht jetzt aus unserer Perspektive etwas arrogant blinkt, mein voller Ernst, ich glaube, nicht jeder kann dieses Gründerleben führen. Genau, soviel zu den Learnings. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Nee, mir ist gerade nur wieder diese romantische Vorstellung von Gründen eigentlich irgendwie gar nicht so romantisch ist. Aber das haben wir schon mal diskutiert. Ich kann dir da nur recht geben. Soweit, so gut, würde ich sagen. Wir berichten das nächste Mal über die Entscheidung, die Entscheidungsfindung und dann auch das Gespräch, das nochmal sehr interessant wird, wie das gelaufen ist. Und bis dahin, macht's gut. Bis dann. Bis dann. Bis dann.